salut et bienvenue mis amis hier ist cooles filmwelt und am 16 märz 2024 ab 18 uhr wird es hier auf cooles filmwelt einen ganz besonderen live stream geben mein lieber kollege frank picher rost hat nämlich das große glück gehabt sein erstes buch veröffentlichen zu können und am 16 märz 2024 wird es ganz offiziell in allen buchhandlungen erhältlich sein und zu diesem großen feierlichen anlass habe ich ihn gefragt frank würdest du gerne auf cooles filmwelt an diesem veröffentlichungstag gerne rede und antwort stehen zu deinem erstenswerk the men behind the words in 100 tagen zum roman und er kommt ja gesagt und sich sehr über diese einladung gefreut ich mich übrigens auch eben dass er zugesagt hat und am 16 märz 2024 werden wir dann also ab 18 uhr ganz und gar über sein erstenswerk sprechen ich werde ihn fragen stellen er wird darauf antworten mal sehen das kann sehr sehr spannend interessant und auch lustig bestimmt werden denn wir sind ja bekanntlicherweise eine illustre runde wenn ihr schon mal einige live streams von uns beiden mit verfolgt habt also meine lieben seid unbedingt dabei unterstützt meinen lieben kollegen meinen youtube kollegen frank michael rost man ist natürlich wahnsinnig aufgeregt wenn es dann wirklich in die vollen geht das erste buch veröffentlicht wird und man dann tatsächlich ganz offiziell vor publikum darüber sprechen darf also bitte meine lieben unterstützt ihn vor allen dingen und natürlich auch mich denn dann haben wir hier schöne klicks vielleicht und es wird bestimmt spannend werden und wenn ihr dann natürlich auch selbst fragen habt an frank michael rost the men behind the words ja dann bitte stellt sie dann auch generell im live chat darauf wird auf jeden fall eingegangen ja wir stellen uns auch dann den fragen und antworten dann natürlich auch natürlich im meisten sinne dann frank michael und seid dabei ich freue mich schon wahnsinnig ich hoffe ihr auch dass ihr vielleicht daran sehr interessiert seid das würde uns beide sehr sehr freuen ansonsten ja das war es jetzt erstmal ich freue mich auf frank michael rost am 16 märz 2024 um 18 uhr in hier live auf kohle swimlet begrüßen zu dürfen und hoffentlich auch euch bis dahin sage ich jetzt erstmal salue ab und tu mir damit eure kohle und und Untertitelung des ZDF, 2020